In der Auftragsakte werden alle Dokumente und Informationen eines Bauvorhabens wie Verträge, Genehmigungen, Rechnungen, Lieferscheine, Pläne oder Fotos projektspezifisch abgelegt, mit dem dazugehörigen Geschäftsvorgang verknüpft und revisionssicher archiviert. Neben den kaufmännischen Prozessen bildet die Auftragsakte ebenso die Arbeitsabläufe auf der Baustelle ab. Eine digitale Auftragsakte ermöglicht es durch die Online- und Offline-Verfügbarkeit, dass alle berechtigten Personen jederzeit und an jedem Ort auf die jeweiligen Daten zugreifen und diese bearbeiten können. Gerade mobile Lösungen bieten hier hervorragende Möglichkeiten, Maschineneinsatz, Materialverbrauch, Arbeitskräfte, Arbeitszeit, Wetterbedingungen usw. minutengenau aufzunehmen und sogar mit Fotos zu dokumentieren. Leistungen können stets korrekt bewertet und abgerechnet werden. Damit ist die Auftragsakte ihr wichtigstes rechtliches Mittel zur Beweissicherung, vor allem im Streitfall.